Was ist das denn? Peace Leute, was geht ab? Ich und Marvin und Kevin. Und heute der nächste Teil von dem Wurm-Game The Visitor Returns. Der Wurm ist zurück, Leute. Und der wird heftiger am Start sein, Leute. Ich bin mal gespannt, was passiert. So, und wir sind im Game The Visitor Returns. Yes. Das ist ein Click-to-Play. Oh, sieht doch gruselig aus, ne? Mhm. Für alle, die es nicht kennen, wir hatten einen Teil vorher auch schon gespielt. Mit dem Wurm. Check den Teil vorher nochmal ab. Genau. Das ist so ein Klick-Spiel. Wir müssen immer halt richtig klicken. Und dann, ja. Werden wir größer. Ja. Können alle aufessen. Auf jeden Fall. Hose Digga. Yes. Mal gucken, was jetzt passiert in dem Teil. Ja. Wir kamen ja auch mit diesen Kometen hier an. Click the environment to somebody who pray. Ja, da sind wir. Schleimig. Okay, Click. Ja. Alles klar. So, wir können das schon mal anklicken. Den Ruder auch. Ich vermute, dass wir wieder den Anus von diesem Tier besuchen müssen und dann aufplatzen müssen. Wir schauen mal. Wir klicken den mal an. Boah. Ach, wir können sterben. Wir können sterben jetzt. Ach, jetzt können wir sterben. Okay, dann müssen wir ein bisschen mit Obacht handeln. Und dann den Hammer. Okay. Okay. Hier ist ein Schloss dran. Ich nehme mal den Hammer. Guck mal, ob ich den jetzt... Nee, kann nicht. Bewege dich auch mal nebenbei. Auf dich blicken. Wenn der Hammer jetzt mal oben ist. Achso. Wahrscheinlich... Oder damit wir das Schloss abhauen. Hä? Was heißt denn das jetzt? Hm. Okay, das Schloss können wir nicht abhauen. Oder vielleicht die Lampe, wie du gesagt hast. Ist ja auch hier verbunden irgendwie. Aha. Ah, jetzt können wir das Kabel nehmen. Ach, das... Und da war... Ah, geil. Genau. Ach, hat er Angst, ne? Ich kann das aufmachen. Oder hat das auch nicht so... Hä? Ach, links an das Holz muss man klicken. Ah, okay. Und... Na gut. Ich dachte, das gehören wir alles zusammen. So, jetzt geh dran, du Affe. Alter. Voll abgehauen. In dir. Jetzt können wir den essen. Nein! Oh! So, was jetzt? Jetzt nur mal mit nachmachen, ne? Rasenmäher machen? Ah, ja. Leck mit dir? Jetzt können wir irgendwas nehmen oder so. Jetzt können wir das essen. Jetzt können wir das essen. Äh! Wir sind hier drin jetzt. Ah, jetzt kann der fern. Komm, komm, jetzt kann der uns essen. Ne. Vielleicht füßt der uns jetzt. Ah, wir sind seinen Mund. Wow. Nice. Oh, wir können jetzt schon gehen. Wir übernehmen immer das, was die Tiere haben. Genau, seine Körperfunktion. Next. Ah, ein Faultier oder wie heißt das Ding? Ne, gar nicht. Das heißt nicht. Guck mal, ob ich hingehe, ob ich direkt wieder sterbe. Stinkt hier oder so. Oh, der bricht mich an. Ah ja, das stinkt hier. Okay. Okay. Also, du hast eine Frage mit seinem Baum. Nehmen wir mal sein Essen. Okay, man nimmt jetzt auch mal, dann kann man damit was machen. Bier. Holz. Holz auf den. Zack. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Feuerzeug. Kannst du das hinziehen so? Ne, ne. Man muss es mal einzeln anklicken. Noch mehr Holz? Okay. Ne, wir bauen noch Papier. Okay, Papier drauf. Ich denke mal, jetzt müsste das aufgehen. Hau der gleich ab, dann Feuer locker. Ne, der verpisst sich dann. Oder doch nicht. Okay, jetzt können wir Steak rein. Wir sparen Boden. Und jetzt geht der da hin. Hau der da. Hau der da. Warum auch noch? Die Spinne. Oh. Das brennt sich jetzt hier. Wie müssen die eigentlich immer Köder, damit wir in die Tiere rennen können? Genau. Gucken, ob wir jetzt irgendwas hier machen. Kann eigentlich nicht, ne. Ne. So, wir gehen jetzt mal hier. Was können wir denn damit machen, damit die Spinne eigentlich? Okay, dagegen kommt das. Jetzt kommt die, jetzt kann ich mir die schnappen, ne? Dann haben wir neue Fähigkeiten wahrscheinlich. Jetzt können wir wieder ein 1 spielen. Aha, jetzt können wir vielleicht hier hin. Wenn wir jetzt ein Ass bekommen. Ne, anscheinend nicht, okay. Dann jetzt zu dem, Bruder. 1, 2 dann. Okay, jetzt zerlegen wir den kurz. Da sind wir, okay, dann gehen wir weiter. Sie sehen echt aus wie eine Missgestalt. Wie eine Missits. Ist gerade appetitlich hier? Ja, Mann. Okay. Ah, da kommt jetzt immer so aus. Ach so. Ah, der hat auch gemacht. Wieder ein Hund. Okay. Hey. Guck mal, wie das aussieht, Alter. Na, hör mal. Okay, wir gehen mal hier, nimm den Skorpion, okay. Krass. Ja, ich weiß nicht. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir den direkt abspritzen können. Oder nicht? Ja. Jetzt mal ablenken. Ich war gar nicht so müde. Ich war gar nicht so müde. Ah, noch ein bisschen. So, ich habe mit der Tür nach hinten. Okay, ich muss zurück, damit der ruhig gestellt wird. Ja, jetzt sind wir im Hund auch noch. Jetzt haben wir 10, jetzt können wir bellen. Jetzt gehen wir rein. Können wir eigentlich voll killen. Jetzt denkt der Spinnerhund. Wow. Okay, Alter. Er hat Reflexe. Erstmal zu gerettet. Erstmal zu gerettet. Erstmal zu gerettet. Ja, nimm doch. Feuerzeug, auf den. Feuerzeug, den Teppich. Ja. Nimm mal so eine Flasche. Feuerzeug, irgendwo hin muss ich das machen. Hier oben. Aha. Sehr gut. Feuerzeug, irgendwo hin. Ja. Hey. Okay, wir haben noch nicht genug Kraft, nur den zu erreichen oder so. Keine Ahnung. Ja, aber warum ist das denn das? Geh mal an, dann schlägt es hoch. Warum? Ach so. Nein. Nein. Ah, während er getrunken hat, hast du das geschöpelt. Fynn was. Oh, darauf. Auf was man alles achten muss. Das ist 50 Alkohol. Okay, jetzt kann er verbrennen. So, burn. Yes. Und jetzt essen wir dich. Und jetzt essen wir dich. Ah. Oh. Oh. Hey, 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 hey. Ganz ruhig. Wir kommen. Ich setze überhaupt gleich noch auf. Wir kommen. Wow. Oh, die ist geschossen. Die gibt eine Waffe, Digga. Okay, okay, okay. Wir müssen nie wieder raus. Aber wir sind gar nicht stärker geworden, ne? Ich habe eine super... Stimmt. Finde ich ein bisschen scharf. Vielleicht war das ein Lappen. Boah. Okay. Okay, Digga. Was geht bei der? Die ist hart, komm. Hier in den Bier, Junge. Nee, jetzt können wir nach rein. Boah. Mit was sagen wir die jetzt? Ähm... Zerbersten. Gift. Spinnnetz. Skorpionszähne. Clown. Oder... Ey, ich finde die ist ein bisschen kräftig. Ich glaube, die kann man nicht mehr einsagen. Wenn ich mal gibt... Oh, das... Boah. Alter. Das war's? War's das jetzt? Oder hab ich verkackt? Hab ich verkackt? We play Finans and start the game. We start the game. Also nochmal die finale Szene. Kann man auch nochmal machen? Ah, nochmal. Aber man kann die verschieden. Okay, da ballert die mich weg. Okay. Okay. Nochmal. Spass. Ne, jetzt mal. Warte, kann ich dann noch irgendwas machen? Montag? Auch. Dann hatte ich das schon mal richtig gemacht, glaube ich. Ja, ja mal. Äh, Ding. Oh, oha. Mal gucken bei dem Einspinnen. Aha. Und jetzt kann ich was anderes machen. Ah, eins. Oh. Hat die frei bekommen. Mal gucken. Ne, egal. Nochmal einspinnen. Zähne. Okay. Wahrscheinlich da auch jetzt bei dem. Krass. Also nur diese fernen Waffen, sag ich mal. Gift. So und andersrum kann man das halt machen, ne? Anblenden. Und jetzt klauen. Ah, dann kann man auch. Boah. Boah. Okay, jetzt kann ich immer noch. Ich will alles machen. Boah. 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 So und jetzt. Finish. Ey, ich war noch nicht fertig. Ne, 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 ne. Da muss ich experimentieren, ja. Warte, warte. Ich will alles ausnutzen. Also erstmal das. Anblenden. Jetzt der Schwanz. Jetzt Kratzer. Boah, Alter. Und jetzt Essen. Boah. Jetzt geschafft. Okay, das ist das. Und unsere Brüste. Hab ich gar nicht gesehen. Krass, ey. Alter. Aber witziges Ende. Ist echt witzig. Echt krank. Krank aber auch, ne? Natürlich. Hier kommen wir dann nochmal neu starten. Aber es gab ja eh keine anderen Möglichkeiten. Genau. Leute. Es gibt doch noch einen einzigen Teil. Genau. Wenn wir den zocken sollen, Leute. Gebt einen fetten Daumen hoch. Ja, Mann. Folgt uns gerne auf Instagram. Haben wir hier Marfit. Und hier Kelpenfitti. Folgt ihr, wo wir uns stand. Yes. Wenn ihr möchtet, checkt gerne unseren Merch ab. Erster Link in der Schwerbung. Auf jeden Fall. Merch. Checkt's auf jeden Fall ab. Also das würde ich sagen. Bis morgen. Peace. Peace. Bis zum nächsten Mal.